Wir haben keine Schlüssel für den Fahrstuhl und haben jetzt alles hoch. Feel my way through the darkness. Guided by a beaten heart. I can tell where this journey will end. But I know where to start. They say that I'm too young, understand. They say I'm caught up in a dream. I just want to go to the temple, where there is a Sackgasse. We have to find a way. Let's go to the Sackgasse. Like a Sackgasse, we don't have a Sackgasse. Yahoo! Yeah! Yeah! Suggi! Hör auf! We're gonna check your alcohol. I was lost. I dread carrying the weight of the world. But I only have two hands. I hope I get the chance to travel the world. But I don't have any plans. I wish that I can stay forever this young. Not afraid. What's up? Team SFE. Voll am Start. SFR. Yo, SFR hier am Start in Brünn. Das ist Brünn. Das ist Marcel. Und das ist... Christine! Kannst du mir zeigen, wie ich das auch so einstelle? Aaron braucht noch einen Crashkurs für die Camp. Wir checken mal die Lage. Und zwar sind wir gerade hier in Brünn. Und Brünn ist eine unglaublich schöne Stadt. Wie wir feststellen mussten. Und es ist übrigens Insider. Die zweitgrößte Stadt Tschechiens. Und vielleicht kennt ihr Brünn alle von der... Keine Ahnung. MotoGP. Sehr bekannte Rennstrecke für Motorradrennen hier. Selbst mein lieber Herr war damals zu DDR-Zeiten schon hier. Mein lieber Herr. Mein lieber Herr Gesangsverein. Auf jeden Fall war der hier schon am Start. Und hat sich irgendwelche verrückte Motorräder angeguckt. Und jetzt sind wir hier und machen Straßenmusik. Und da kommt schon die Polizei. Mal gucken, was die jetzt sagen, wenn die unseren Krempel da hinten sehen. Guck mal, wie langsam der schon kriegt. Der hat uns schon auf dem Schirm. Ja, wenn der jetzt vorbei ist, können wir eigentlich anfangen mit spielen. Guck mal, singa. 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 Okay, bye bye. Mal wieder. Am zweiten Tag. Es ist furchtbar. Wie pack jetzt? Ich kann nicht so laut. Guck mal, wie voll ich gepackt bin, Alter. Guck mal hier den ganzen Stuff, den wir eigentlich tragen müssen. Gib mal her, ich nehme das mal. Der hat so viel, ich habe so viel. Eine Tasche. Der hat einen Flügel. Ja, wir wurden mal wieder festgenommen heute. Aber wieder, wie immer, nette Polizisten. Wir haben immer nur nette Polizisten am Start. Voll die netten Polizisten. Das ist cool eigentlich. Ja, das ist neust. Wir sollten viel mehr mit Polizisten machen. Der konnte zwar kein... Vielleicht sollten wir mal beim Polizisten morgen was spielen. Ja, irgendwas cooles beim Polizeiball oder so. Polizeiball. Also wenn das jetzt so ein Polizist hört, wir spielen gerne beim Polizeiball. Oder wir steigen da bei den Polizeimusik-Hobs ein oder so. Jawohl. Die Lage war vorher ein bisschen schwierig. Und wir wussten nicht genau, was mit uns geschieht, weil die so ernst geguckt haben. Ja, der hat wirklich böse geguckt. Böse geguckt und wir mussten zur Seite. Der hat auch so eine böse Frisur gehabt irgendwie. Ja, auf jeden Fall war der Auftritt ganz geil eigentlich. Oder war der Auftritt geil? War super. Der war total super. Der hat übel Spaß genug. Geil. Das war gut. Wie viele CDs haben wir verkauft? Einer. 100 CDs. Unglaublich. Vergoldet. Wird sie wahrscheinlich nicht. Unsere Platte höchstens vernickelt. Oder verzinkt. Feuer verzinkt. Das wäre doch mal was. Oder ein Betoniert. Ein Betoniert. Wie viele. 500, 600, 700, 800, 900. Wir haben nämlich heute genau 1477 Kronen verdient. Also Jungs. Und davon konnten wir uns nicht sogar Sushi-Eyes. Und wie viel Pfennig? 4 Pfennig. Und 1 Schilling. 5 Pfennig. 5 Pfennig. 5 Pfennig. 5 Pfennig. 5 Pfennig. 6 Pfennig. 5 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 Pfennig. Vielen Dank.